So hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zombies. Wir nehmen jetzt wieder das auf und ja letzte Runde sind wir Level, äh Level vor allem, Runde 17 gekommen. Mal gucken ob wir weiter schaffen, ne? Ja. Mit dem lieben natürlich wieder Herr Daki. Ja, Daki. Hinter dem. Oh Gott. Der geht einfach durch. Der war jetzt aber. Der ist einfach durchgekommen. Ich glaube der braucht Hilfe, ja. Ja, ja, der hat sich mehr hinter. Ich schaffe das alleine mal nicht. Ich gebe immer mal auf. Oh, der ist ja sowieso. Ja, aber wie viel Gold ich am letzten Runde hatte. Äh, komm, ein hinter mir, ja. Oh Gott. Hilfe. Ja, der hinterfalle sich alle weg. Schau mal so. Äh, wollen wir denn alle Tore öffnen, brauchen wir eigentlich gar nicht? Ah, doch müssten wir, wenn die große kommt, haben wir keine Chance für ihn. Ja, dann werden wir aber auch in der Ecke gedrängt, ne? Ja, und dann... Hier, hier können wir halt immer rumlaufen. Ey, nimm doch den Shot, dann macht doch mehr Schaden. Ich muss mal eben was gucken. Grafikeinstellung. Shader. Ich hab schon den... Wirklich? Mach mal nur 85. Ja, ey. mehr. 4,5 HP Schaden. 4,5 HP. Äh, die Riffle macht 6 HP. Ja, aber komm, die macht auch schon Schaden. Und die Ballert hat halt übelst rein. Das ist doch halt Leder. ich glaube ab und 10 wird kritisch da kommen jetzt schön bleiben und das darum ja und da müssen wir sind dann unbedingt da müssen wir unbedingt in so eine zelle wegen der wegen dem großen da er kommt abrunde 15 der kommt abrunde 15 nee der war schon viel früher da nee 15 ja was ist das eigentlich hier er schickt das teil nicht ja und auch gott das schick ich auch nicht das macht irgendwie gar keinen sinn ich so ein list wir hätten hier irgendwas noch reinpacken müssen hier so ja das stimmt da kommen wieder welche jetzt ist ja noch so langweilig finde ich ja ich habe jetzt die rübele hast du auch schon ja natürlich mit drei wochen alle drei wochen jetzt kommen wir noch mal dazu über dich dann auch von der kohle die sollte mal da aufmachen ja wenn ich mal ein kleines hat mich beschützt ja 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 auch wenn du gott ich kann mich nicht beschützen ich bin wenigstens der rüstung zum bauchtausend würde ich mir gleich helfen niemand öffnet wohnlos Ähm, man sollte die mal öffnen, weil gleich kommt der liebe große Mann. Ja. Das wird noch mal lästiger. Ist der FK? Wollte man auch grad sagen, ist der FK. Komm, Paar. 3.000, ey. Was, 3.000? Oh Gott. Er guckt doch mal auf die Punkte von ihm. Er kann ja schon zweimal, er kann ja eigentlich Alto gleich öffnen. Zwei Taure kann er auf jeden Fall eigentlich schon. Er hat 0-Tour geöffnet. Wir sollten aber weiter öffnen. Kannst du welche öffnen? Ne, ich noch nicht. Ich war grad auf Iron. Ist Wollos, ein Zombie. Äh, ja. Oh Gott. Zwei zum Zombie. Das stimmt. Der hat 4.000. Ich hab mir jetzt eins geöffnet. Open. So, du, du auch mal. Ich hab kein Geld. Nicht du. Alter, hier kann man ja extra heal, da kann man ja Speed kaufen und so. Guck mal, an dem Ding hier. Mach mal. Mach mal, ja. Wusstest du das? Outfit Fire? Was heißt Speed Fire? Ich will mir gleich Speed kaufen. Okay, schneller. Äh, ich brauche Hilfe. Ich hab Speed geholt. Ich brauch ganz, äh, dringende Hilfe. Ich bin immer größer. Ich hab mir Speed geholt. Ach, du heilige Mathilde. Uff. Ja, Alter, die werden uff. Weißt du, wie es so halt Pieck ist, die groß wieder sind? Uff, Alter. Die sind so groß wie, glaub, die Achterbahn dahinten. Ne, die sind so groß. So, jetzt komm ich mir auch mal in den Speed. Speed ist krass. So, so. Speed ist krass. Ähm. Auf jeden Fall bist du dann schneller weg von denen. Alter, wie riesig. Ey, man gibt so viel Gold. Äh, mach auf. Weil der backt sich im Boden, ja, moin. Ja, ich baller dich schon ab. Oh mein Gott. Und der F. Was kann man sich denn noch so holen? Was ist Quickfire? Pausen. Extra Heal. Ja, man kann sich extra Heal holen. Stimmt. Ich baller rin. Kann man mehr? Tausend. Tausend brauchst du. Tausend hol ich mir gleich. Tausend. Das hol ich mir auch. Helft mir. Mein Auge. Das hol ich mir auch. Du bist down. Ich bin auch gleich down. Mein Auge. Das Instackel. Na Instackel holen. Kann ich hier alle wegmachen. Äh, er holt schon. Fakt, danke. Oh mein Gott. Tausend. Tausend hol ich mir jetzt gleich. Ja, ich auch. Speed ist cool. Speed ist echt cool. Er hat irgendwas geholt. Der eine. Das ist krass. Es kann, man kann drei Dinger. Perks. Ja, ich hab. Ich hab. Ich hab. Speed und Heal. Ja, ich hol jetzt gleich noch Heal nochmal. Ich? Ja. Das deckt sich wahrscheinlich. Ja. Du siehst du in der Herzenzahl, oder? Ja, natürlich. Das sieht schöner aus. Mehr Leben. Mega. Ja. Ja, jetzt kann ich mal einholen. Wird dir das mehr Perks, oder? Hab ich. Hab ich. Ne, ne, ne. Ist nur ein Herz. Okay. Wie viel kostet das nächste, ist die Frage. 2.000 wurde ich mit. Boah. Ist das dann ein Herz mehr? Ja, ne. 2.000. Scheiße. Äh. Ja, ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Riesenmann. Oh, komm mal auf, bitte. Der kann doch aufmachen. Du musst draufklicken, draufklicken. Draufklicken. Oh, er versteh's nicht. Jetzt los. Warte auf, da kommen welche. Ja, äh, wenn du gleich den großen Mann siehst, am besten hier hin. Oder halt nicht, äh, nicht so in die Ecke. Wie viel kostet so ein Linksmunitionszeug? 400. Oh Gott, oh Gott. Einigen. Ah. Oh Gott. Der Bombenwerfer, der schweigert mich ein bisschen. Ey, du stehst der grad hinter dir. Ich hab Munition wieder. Der Bombenwerfer, der hinter dir. Ich hab Munition wieder. Ja, weil er Max, äh, weil er, glaub ich, Max Amor hatte. Wir brauchen jetzt 2.000. Ich schweig's mal aus dem Weg hier. Der schweigert mich ein bisschen hinten. Alter sind das viele, guck mal da hinten. Äh, helfen wir ihm mal bitte? Ja, ja, ja. Okay, pass auf. Runde 14, gleich kommt er. Gleich kommt er, ne? Gleich kommt er. Gleich hier hin. Ich geh schon hier hin. Ja, Runde 48, guck mal Zombies. Ach du Heiliger. Ne, ne, wir müssen rund rum laufen. Sonst, äh, sind wir down. Weil wenn, 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 eine. Instacle. Komm, baller rein, baller rein. Baller rein, baller rein, baller rein. Ich hab, ich hab reingeballert. Ja, jetzt kommen wir alle. Ja, ja, ja. Ganzes großes Problem, ganzes großes Problem. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Instacle noch drin? Nein. Perfekt. Mein Instacle ist nicht mehr. Wir haben 20, die Zombies, die Zombies getötet, bin tot. Danke. Ach du heilige Warträler, was ist denn hier los? Wir stehen hier. In der Mitte. Ja, ja, weil die, die schießen doch. Weißt du? Na ja. Ne, die Dinger schießen. Ich hab gleich keine Muni mehr. Muss unbedingt Muni kaufen, gleich für den Großen. Ja, boah, boah. Hab Muni gekauft. Ah, pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt, ich geh schon mal hinten hin. Der Riese. Ja, jetzt kommt der Große, jetzt kommt der Große. Und den einfach raufballern, einfach raufballern. Wo ist er? Wo ist er? Der müsste gleich kommen. Achtung. Achtung, hinter dir. Ja, ich lege. Oh mein Gott, ist drin. Oh nein. Der müsste gleich kommen. Der müsste gleich kommen. Der müsste gleich kommen. Der müsste gleich kommen. Der Runde für... Ich glaube, Runde 50 zu Ende ist. Ich glaube, in der Mitte so ungefähr, oder? Äh, ja. Mein Gott. Ich bin gleich tot. Ja, ich lege. Äh, wo bist du? Ja, ich lege. Ja, ich lege. Komm, jeder einfach tot. Ich brauche Munition eigentlich. Weil, den kann ich jetzt nicht töd. Der ist da. 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 Ich hab hier noch einen kleinen. Ab ihn ab ihn ab ihn. Oh Gott sei Dank, den haben wir. Der hat keine Munition mehr als Problem. Der 2.000. Ja, du hast 2.000. Ich baue da noch mal Leben rein, oder? Ja, Leben. Ich fülle Rüstung. Ich fülle Rüstung erstmal kurz. Und dann Leben. Rüstung ist auch schon. Okay. Perfekt, krass. Einmal. Ich könnte noch einmal holen. Und nur 16. Ich hab noch einmal. Ich hab noch einmal. Ich hab noch einmal. Einmal kurz. Rosen. Äh, ich bin einmal extra hier. Äh. Fast. Quickfire. Oh Gott. Komm. Shit. Um Gottes willen. Ja. Wir haben uns recht. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Na doch nicht. Okay. Gott nicht. Ich bin zu halten, ja. Okay. Du musst gleich wieder Muni. Du musst auf deine Muni so aufpassen. Ja, ja. Ich weiß. Ich hab schon. Ich hab schon. Ich hab schon. Dass du nicht so viel ausgibst. Ich hab schon geholt. Ich bin ja. 28 haben wir noch. Oh, dann kommen wir in die Round 17, ne? Ja, gleich. Ich bin gleich tot. Oh, nee. Ich kann ja gar nicht sterben. Weil ich hab viel Leben. Ich hab ein ganz kleines Problem. So viel Leben hat man doch nicht mehr. In der Ecke. In der Ecke. In der Ecke. Siehst, dass der fast stirbt. Ähm. Oh, ich hab noch. 37. Ich muss einmal ausdrexen. Und dann mal eben kurz Muni holen. Und dann fertig. Ah, du hast ein ganz kleines Problem, oder? Wir sind eh gleich fertig. Noch. Noch einen. Perfekt. So, jetzt sehen wir. Ach, der jetzt hat das denn gekriegt. So, jetzt sind wir am Maximum fast angekommen. Wie? 44 nur. 4 Uhr. Was willst du kurz bekriegen? Ah. Oh, da'll ich Gott, da'll ich Gott. Schön. 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 Inzaki, 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 Inzaki. Oh, dann bekommen wir Max Armor. InzakiNl. und ich sterbe, das wäre sehr nett Ey, wir haben alle so viel, ne? 3.000 Leute, die wir leben Ja, ich will mir noch ein Leben holen 5.000 kostet dann das nächste Wie viel Leben hast du denn jetzt? Weiß ich grad nicht Ach, die werden immer größer Oh, jetzt kommt Gas dazu, Runde 18 Töten, 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 töten die Gas Und der ist kein Ziel Oh Gott, das werden wir nicht überleben Na, hallo? Wusstet ihr, was hier viele sind? wir sind noch zwei wir sind in der ecke ja wir sind tot in der ecke der runde 18 der game over alter alter der fall ja gut das war es doch schon mit der kleinen aber fein vor ich hoffe es hatte schwarzen lassen natürlich leichter aber dann kommentare wenn wir